Premierenfeier im Sheraton mit einer Riesentorte zum 30-jährigen Bühnenjubiläum für Barry, Morris und Robin Gibb. Mehr als 100 Millionen Platten haben die sympathischen Engländer bisher verkauft. Doch jetzt wollen sie mehr. Die Nummer 1 der Popmusik werden. Nach diesem Auftaktkonzert stehen die Chancen gut. Unterstützung kommt von Vater Gibb. Das Motto der Tour, einer für alle. Das Motto des Trios, das Wichtigste ist die Musik. Gepaart mit einer Super-Light-Show, versteht sich.